ja oder was geht aber zu kommen zur zweiten folge der dritten staffel von clever wir machen weiter nicht da wo ich das letzte aufgehört habe ich jetzt lange nicht mehr drin war und auch mein pc zurück gesetzt hat deshalb kommen wir wieder auf anfang an wieder ist aber schon ein bisschen länger her aber auf jeden fall wir schreiben erst mal gut hin morgen fangen wir mal leicht an wie hast du geschlagen relativ gut und ich kann mich nicht daran erinnern bist du mich jetzt schon ja ich habe ich doof richtig nicht gedacht machen wieder diese frage vd ist aber ich diese farben frage wobei wand ich habe ja hat hat meine wand herr clever bot hat sie ja gelb was hat das mit martin zu tun der materie ja wenn du mich verletzt ja und was ich zum beispiel war was ich meine diese tastatur warum sollte ich ich muss so machen kann sein dass du irgendwas drin ist was dann schreien was hat aber ich gesagt so dumm oder so ich glaube man hört sogar durch wenn ich schreibe ich muss glaube ich mal anderen filter aufpackung aus mikrofon dass man meine tastatur nicht durch hört also können wir noch mal reinschreiben ob euch das stört mit der tastatur oder ob ich das mal irgendwie anders machen soll dass man die tastatur nicht mehr so krank durchhört das habe ich auch nicht tief ich küll kaufschmerzen dicker hat doch nicht mein kopf kaputt macht doch nicht mein kopf kaputt bitte gesagt sich mit dem motto gesagt ja muss man sein das heißt auf der waffnuss für wofür kommst du von da wo du hoffentlich nicht herkommst deutschland oder welcher stadt wie gesagt aus einer aus der du hoffentlich nicht kommst ist wirklich dankeschön deutschland ja kannst du hoch wie heiße ich was weiß ich ich bin einfach so durch mit dem thema in videos dass wir einfach irgendwelche rennen namen einfallen die ich dann irgendwie in 30 video später benutze ok ich habe jetzt mal vorne mit vornamen könnte was nein was nein ich so schön für dich ich versuche mich das heiz maul denke ich dich nicht gelb ich kenne dich dich ich kenne dich nicht zweihens ich kenne dich nicht drittens kein bock nein ich weiß ich hast du gesagt dass du mich magst nein wann 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 soll ich das gesagt haben nein nein ja so sich kreis ja sie hat sich aus der legat es hat mich dieser clever und macht mich echt fertig was soll soll das jetzt heißen egal scheiß drauf leute dieser klärung fertig egal weil er will nicht wenn ich diese folge gefallen hat das gerne mal die beschreibung alles verlinkt naja ja alles verlinkt auf jeden fall übrigens kleine sache telonym weiß ich noch nicht ob es wieder kommt je nachdem ich glaube ich möchte anmelden kann wieder oder nicht moment geht es nicht muss ich die tage mal probieren ja ich würde sagen dann sehen wir uns erst mal beim nächsten mal wieder und ja ich würde sagen auch ein bis zum nächsten mal bis den Tschüssi